So, weiter geht's. Ich mähe da einfach mal hier die Stützbalken um. Ich hab dann echt Angst haben, dass mir was am Kopf fällt. Ach Gott, was mache ich denn? Steuere gerade mit der Maus und Tastatur. Alte Gewohnheit. Halt. Abkürzung freigeschaltet. Ich bin ein Held. So. Dann kürz mal ab hier, Junge. Könnt ihr euch die Gefäße kaputt machen? Ja. Gibt's eigentlich auch was drin zum Sammeln? Probiert's aber. Scannen. Ich hab mir schon ein kleiner Roboter gefällt mir. Den müsst ihr ja privat mal haben. So, wer Raman from the Ashes gespielt hat, weiß auf jeden Fall, dass er manchmal Sachen in diesen Vasen drin sind. Ah, nee. Was ist das? Was ist das? Wasserfilter. Oh. Tja, jetzt ist hier die Frage, wo gehen wir denn lang? Das haben wir ja schon, ne? Genau. So. Ja, die Karte bringt mir eigentlich noch gar nicht so viel. Oder? So, gucken wir nochmal genau. Wir sind jetzt da. Ah, das ist hell und vermute ich mal das, was dunkel ist. Ach, hier stehen ja rechts die Hauptziel. Spielerposition, verfügbar, geblockt, Speicherpunkt, aktuelle Ebene. Genau. Inaktive Ebene. Tja. Was mach ich denn? Komme ich denn hier lang? Ja, hier muss ich vielleicht sogar lang. Aber dann müsste ich eigentlich hier rüber. Hier rüber und von da rüber. So. Gucken, ob ich das gebacken kriege, weil ich bin, Koordination angeht, da nicht so stark. So. Nochmal gucken. Wird's hier richtig stehen? Jawohl. Wir kommen da, kommen da nicht mehr ran, glaube ich, ne? Nö. Aber, wir können ja hier hochklettern. Oh, was? Eine Ruhe. Ist es okay, wenn wir uns daran bedienen? Ah. Wo willst du hin? Irgendwas brauchbares? Neun Sender erhalten, okay. Eno Cordova. Sehr schön. So, gehen wir mal nach oben. Dorthin müssen wir. Ich fühle es. Ja, die Macht stark in dir ist. So, welchen nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal den hier, ne? Ja. Die große Kluft. Du hast alles kartografiert. Ja. So, ich will aber raus hier. Ich schaff's nicht darüber. Es muss noch einen Weg geben. Genau. Können wir hier klettern? Wollen wir hier klettern? Nein. Wollen wir hier mal runter? Nee, das wäre nicht so gut. Das sieht aber so aus, als könnte man klettern, oder? Nee, netter Versuch. Ich würde sagen, wir versuchen, sie hinten mal. Okay. Okay. Was denn erkannt haben eben? Oh, wieder eine Kiste. Komm wieder her. Was haben wir gefunden? So. Super. Jetzt die Frage. Hier wieder runter? Joa, machen wir mal. Und aufpassen, da unten ist wieder so gut. Joa. Eieiei, was ist denn das für eine Kröte da hinten? So. BD-1. Ich glaube, die fette Kröte greift mir das gar nicht an, ne? Was? Was hast du? Könnte ich das nicht bewegen? Nö. Hallo dicke Kröte. So, also ich muss ja irgendwas drücken, dass ich da rüberkomme. Oh, scheiße. Ich hab gedacht, die frisst mich. So, jetzt müssen wir mal überlegen. Da hinten ist ja ein Schalter. Können wir da rüber? Ne, natürlich nicht. Schauen wir mal, ob wir da lang kommen. Ne, auch nicht. So, gucken wir mal hier hinten. Und da war ja die fette Kröte, deswegen sind wir da ja nicht hin. Vielleicht gibt's da, gibt's hier noch was. Ah, hier kann man hochklettern. Komm, kletter hoch, kleines Vöglein. Genau. Ausruhen. Gucken wir mal, haben wir denn irgendeinen Punkt, den wir schon vergeben können? Also, wieder raus. So, hier könnte ich rüberspringen. Ist die Frage, was mir das bringt. Aber da gibt's noch was. Das war ja wieder selten dämlich. Nur das Einauge. Das sieht aus wie so ein Bärtierchen. Der kleine BB-1, der scannte erstmal alles. Fähigkeiten-Punkte erhalten, sehr schön. Oh, natürlich scan. Hier, scanne hier alles. Okay. Jetzt ist die Frage, wie komme ich von da wieder nach oben. Ach da. Zack. Hinten ist noch ein Punkt. Oder was ist das da? Wie komme ich da hin? Von unten komme ich da nicht hoch. Wenn ich hier bin, kann ich mich hochklettern. Das geht's nicht. Genau. Wenn ich jetzt hier bin. Hm. Mal schauen, wo wir, wo wir hier lang müssen. Können wir uns ja hier mal fallen lassen. Dann springen wir hier lieber hoch, falls noch was aus dem Wasser springt. Siehst du was da drin? Oh, ich sehe was blaues. Okay, das wäre wieder so eine Machtvision, ne? Hm. Na, das war natürlich wieder sehr geschickt. Hm. Ah, okay. Versuch's erneut. Es ist schwierig, Meister. Ja, der Weg ist sehr schwierig. Es mag unmöglich scheinen, aber mit Beharrlichkeit überwindest du jedes Hindernis und mit der Macht als Verbündeten. So meisterst du jeden Pfad. Gut. Versuch jetzt, mich zu erreichen. Gut, Padawan. Auf ein neues. Vertrau dir selbst. Ja, Meister. Plumm. Erneut. Fokussieren. Hm. Wo bist du denn? Ach da. So, was möchte er denn hier von mir? Erreiche mich erneut. Fokussieren. Fokussieren. Ja, das ist doch schon wieder was für mich. Wenn man es einmal gelöst hat, ist ja wieder in Ordnung, aber... Ui. Gut. Nochmal. Jetzt. Komm her zu mir. Ah, natürlich. Oh, fast. Also. Hier rauf. Hier rauf. Schneller. Mehr Intensität. Wandlauf. Ich erinnere mich an alte Tricks. Wow. Okay. Können wir ja nur hoffen, dass wir... Ja. Zeigst du mir die Abkürzung nochmal? Okay. Ja, ich bin nicht so der Kartenleser. Deswegen kann es sein, dass ich mich hier wieder verlaufe, aber okay. Ach, jetzt ergibt das denn ja auch Sinn mit dem... ...Punkt da hinten, ne? Nö. Das war nix. Aber, aber, aber. Hier lang. Genau. Ja. Ja. Mann. Das ist doch wieder nichts für Leute, die nicht Geschicklichkeit spielen. So. Jetzt. So. Gibt's doch ein Mensch, ich hab das da eben geschafft. Neulich bekloppt. Bestimmt noch nicht. Na, endlich. Geht doch. So. Meditieren. Und ich glaube, einen Punkt können wir jetzt schon vergeben. Und ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, wir bleiben erstmal hier unten. Ja. Ja. Maximale Macht erhöht. Ja. Das ist schon gar nicht verkehrt. So. Gehen wir wieder zurück. Jetzt gehen wir hier schon rüber. So. Hier. Hier theoretisch. Oh nein. Oh nein. Das ist schon gar nicht. 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 Ja. Oh nein. Geh, 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 Geh. tja hier kann man leider nichts machen aber wir können jetzt hier rüber oder jawoll jawoll geht doch abkürzung freigeschaltet sehr gut die große kluft überhaupt richtig wenn ich hier lang glaube wir laden hier noch mal spalt wir nicht auf den pinsel gehen wenn ich zocke wenn ich jetzt hier stehe ein kleiner protokoll droide hat auch keinen bock der möchte da auch nicht rüber da geht es runter jetzt hier lang ich hab wohl auch gedacht zu zweit könnt ihr mich packen danke der japanische droide fotografiert und scannt alles sehr schön so wenn wir sehen da drüben da kommen wir aber gar nicht hin hier können wir hoch hoch ist immer gut kannst du das hacken ja genau hacken ja dann haben wir skrump anschloss aber du gegen die bockratte mutig komm wieder her also was war drin neue lichtschwert hülse enthalten mut und weißheit 2 ok so ja ich würde sagen mein droide mitmacht kann ja auch eigentlich andersrum nach oben oder nur noch nach unten mal hier lang so fallen wir hier runter das wollen wir nicht also ich finde das gar nicht so einfach hier mit den mit der übersicht so hier schiefer hier ist klar hier kann man nicht lang hier können wir aber auch nicht nach oben nach unten wäre dämlich weil wir müssen hier oben irgendwas machen ist der nicht möglich ne es muss doch einen sinn machen dass ich hier oben bin was sagt der denn hier so muss doch da nach oben kommen irgendwie ich hier klettern tja das bereitet mir jetzt gerade so ein bisschen sorgen nach oben habe ich es ja versucht da geht es nicht nach unten geht es auch nicht immer jetzt hier runterfalle ich auch nichts von ich sehe wahrscheinlich den wald vor lauter bäumen nicht gott sind die hässlich so aber so darüber bringt auch nichts das ist auch selten dämlich tja die frage ist warum bin ich denn hier oben wenn ich hier nichts machen kann aber ganz ehrlich was ist das denn für ein schwachsinn ich da so verlaufen so grün verfügbar da ist eine verbindung okay so und wie komme ich da jetzt hier hätte ich noch gedacht dass ich vielleicht rüber kann weil das gleiche höhe ist funktioniert auch nicht auf jeden fall bin ich hier irgendwie fallen was hat er denn hier auf der karte angezeigt verfügbar was ist das denn der unerkundet ist das denn der unerkundet ich kann ja hier auch mal den läufer machen er bringt nichts man 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 auch mal den läufer machen keine chance jung hier ist nix hier ist nix hier ist nix hier ist noch die frage ich habe mir hier runter fallen lassen da war ich ja auch schon wieder meditieren das wollen wir aber nicht hier kommen wir wieder von unten nach oben von oben nach unten dass sie auch blöd sind hier sind wir ja runtergefallen hier gab es auch nichts mehr doch hier können wir was bringt uns das denn genau da oben muss ich hin ich habe ich denn hier was übersehen wenn ich denn so blind das gibt es doch gar nicht also wir sind da unser hauptziel ist da ich will ich verstehe nicht was das grüne ist ganz ehrlich komme ich nicht klar drauf welche runterfallen falle ich runter falle ich auch runter hier ist nichts hier wird zehnmal runterfallen alter schwede vielleicht ist das ja die lösung ich weiß es nicht ich will genau da geht es ja runter das wollen wir nicht also gehen wir mal hier lang fett der drache versteckst du mich denn so auch schon auch schon hochgeklettert, oder ne? So. Da drüben, da ist der fette Drache und da will ich hin. So, genau. Da ist der Turm, genau. Und jetzt, das ist das, was ich jetzt hier nicht raffe. Ich kann jetzt hier runter und darüber. Das ist ja schön und gut, aber das bringt mir ja nix. Weil wenn ich da nämlich drüben bin, geht's ja nicht weiter. Von wo geht's denn überhaupt dahin? So, da ganz, ganz hinten. Ganz, ganz oben. Dann einmal hier quer rüber. Gehen wir halt wieder runter. Oh. Das ist hier nochmal rüber. Schwingen. Hier geht's wieder runter. Das kann nicht Sinn und Zweck der Sache sein. Nehmen wir weiter mal ne Kiste. Okay. Tja. Wie bekomme ich dieses Scheiß da, ne? Ich kann auch nicht meine Macht anwenden. Das kann ich mir da noch runter. Dann haben wir aber Freude. Hier können wir wieder hochklettern. So, unterirdische Zuflucht. Das ist ja schön und gut, aber da will ich nicht hin. Weil ich komme da ja nicht nach oben. Das war ja noch, noch dämlicher. Ich verstehe. Ich weiß nicht nur noch anwenden. Darf man mich glasher. Ich will ja nicht mehr sagen, sondern auch anwenden. Ich muss ja noch ein wunderschön. Dann gehen wir weiter. Und dann gehen wir wieder. Und dann gehen wir hin. Hier geht es nach oben. Da oben ist noch ein Punkt gewesen. So. Oh Mann. So oder nicht. So macht man das. Und hoch. Genau. Hochklettern. Zack. Da kommen wir nicht hoch. Ja. Genau. Super. Jetzt sind wir hier wieder. Kann ich hier noch rüber? Genau. Jetzt kann ich hier noch rüber. Nee. Ja super. Jedenfalls so nicht. Oh Gott. Was bin ich denn für ein Amateur? So. Noch mal hoch. Volle Konzentration. Genau. Hier jetzt hoch. Sehr gut. Hier jetzt runter. Noch besser. So. Genau. Und das ist jetzt hier an der linken Wand. Genau. Richtig. So. Jetzt haben wir hier noch eine Kiste, die wir öffnen können. Na gut. Was ist es? So. Neun Lichtschalter. Fürs Schwert. Ja toll. Ist doch egal, weil äh. Hier sind wir so und so falsch. Ich frage mich nur, warum wir hier nicht rüber können. Ne. Auch nicht. Okay, also müssen wir hier lang. Müssen irgendwie wieder nach oben kommen. Warum auch immer. Sind jetzt hier in der Höhle. Hätt' ja klappen können. Hätt' ja klappen können. Ey. Ich kotze gleich ab. So, jetzt klettere ich nach oben hier. Mann. Alter Fickfrosch. Gibt's doch nicht. Nee, hier nicht. So, da hoch. Da hoch. Zack. So. Jetzt hier hoch. Jawohl. Genau. Jetzt Konzentration. Jawohl. Hier lang. Jetzt hier lang. Jetzt hier hier lang? Da habe ich noch gar nicht geguckt, die Richtung. Nein, gibt's nicht. Oder? Doch, ich kann da runterfallen. Aber okay. So. Das bringt uns aber auch nichts. Da ist eine Kiste. So. Jetzt die Frage. Jetzt gucken wir nochmal, was verbindet denn was? Da bin ich. So. Wo ist denn unser Hauptziel? Was ist da? So, das heißt, ich müsste eigentlich eine Ebene höher. So. Ist das so ein großer Turm, ne? Oder? Irgendwie weiß ich hier gar nichts mehr. Ah, genau. Da wollte ich hin. Jetzt haben wir es wieder. Damit wir nach oben kommen. Ja, genau. Super. Jetzt kommen wir runter hier. Und ich fange da hoch. Die große Kluft so. Und da habe ich jetzt meine Schwierigkeiten. Da geht es jetzt rüber nach unten. Da waren wir aber schon. Da will ich auch nicht wieder hin. So. Jetzt geht es einmal nach da. So. Das heißt, wir rennen jetzt einmal hier lang. Gucken mal, ob wir da irgendwas übersehen haben. Und zwar hier. So. Was interessant ist, ich könnte jetzt hier rüber laufen. Das macht aber keinen Sinn. Aber was ich machen kann, ich kann hier hoch. So. So. Geh hoch da. Äh, Mensch, mach keine Faxen hier. So. Genau. So. Und jetzt ist folgendes. Jetzt können wir da runter. Da war ich ja schon. So. Von da komme ich nirgends weiter. Kannst du nadern, jente. Nix. Kannst du machen. Nix. Hier bin ich hochgeklettert. Hier ist ein alter Stuhl. Okay. So. Fliegen kann ich nicht. Bin ja nicht Batman. Aber da drüben muss hier irgendwie rüber kommen. So. Jetzt habe ich hier die Bohnen gefluppt. Ich habe mich den beeinflusst mit meiner Macht, den Drachen, dass er mich rüber holt. So. Und jetzt kommt das Kuriose, was ich nicht verstehe. Das geht in meinem Kopf nicht rein. So. Ich kann da rüber, runter. Aber. Ich kann da nirgends hoch. Das ist für mich. Ich muss da irgendwas übersehen haben. Tut mir leid. So. Da geht's noch runter. So. Ja, genau. Du bist der Held. So. Jetzt habe ich gedacht, okay. Nein. Kann man nicht. So. Muss da eine Möglichkeit geben, dass ich hier noch umgehe. Oder nach oben komme. Hier kann ich nur. Also ich komme von da. Von da kann ich auch kommen, aber erst später. So. Wenn ich jetzt da rüber springe auf die andere Plattform, kann ich mit dem Fahrstuhl wieder nur runterfahren. Das ist ja sinnfrei. Ich kann ja auch hier keinen Anlauf nehmen. Wenn ich hier irgendwie special move machen, dass ich da hochkomme. So. Was ich hier machen kann. So. Ich sehe die Hände da oben. Ich habe aber kein Seil, kein gar nichts. So. Ich kann jetzt hier runter. Einen auf den hier machen. Nix kann hier lang. So. Bringen wir aber auch nix. Na? Genau. Da will ich ja auch gar nicht lang. So. Hier hätte ich gedacht, das sind Vorsprünge. Okay. Vielleicht kann man ja hier irgendwie nach oben oder so. Aber ne. Ne. Alter. Puh. Alter, wenn wir jetzt abstürzen, dann haue ich hier rüber weg. So. Alter Schwede. Das war ja mal ein Krampf. Wettrennen. Ohoho. Dann los. Wir haben es geschafft. Ööö. Wir sind noch nicht fertig. Darauf muss erst mal einer kommen. Wahrscheinlich hättest du gewonnen. Wahrscheinlich. Ich bin. Ich bin. Das Gewölbe. Das Gewölbe. Okay. Dann machen wir hier erst mal Schluss. Ach vamos. Also. Ich bin.